Wir fahren jetzt gerade zum Stansport. Wir brauchen jetzt noch 14 Minuten dorthin. Mal schauen, was dort oben abgeht. Wir haben jetzt knapp 16.30 Uhr. Also sind ein bisschen spät dran, aber es soll noch oben was abgehen. Von daher fahren wir jetzt mal dorthin. Zug! Es kommt ein Zug! Kommt der Zug so ein bis drei Werkteilen? Ja, so ungefähr. Zug! So, wir sind jetzt gleich da. Ich hoffe, dass überhaupt noch jemand da ist. Junge! Ich zeig euch hier mal. Das ist der Lorbsee. Hier entsteht Liebe. Und das Gras wird Liebe erhalten. Komm, der ist eine Scheiße. Halt wieder. Halt wieder. Halt wieder. Halt wieder. ja alle geisteskrank bei dem wetter stark ja 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 Booy, 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 Booy! Also wir düsen jetzt heim. Regen hat soweit aufgehört. Was macht Kalli denn jetzt? Wer Kalli noch nicht kennt, folgt ihm auch auf Instagram. Hupen! Ich hatte meinen Tank noch. Es war wirklich schön mit den Jungs dahinten, es war auch angenehm. Also wir düsen jetzt wieder heim. Wer es noch nicht getan hat, lasst gerne ein Like, Abo da. Es kommen geile weitere Videos, also es lohnt sich auf jeden Fall. Yo Freunde, wir sind aktuell in Lauchammer mit Pauli. Wir sind bei meiner Omi, haben jetzt mal gewechselt, bleiben dort jetzt. Wir waren jetzt schon eine Nacht dort, jetzt ist die zweite Nacht. Paul und ich war jetzt kurz nach OKF durch Lauchammer. Morgen sind wir in Cottbus unterwegs. Also wir wollen nach Cottbus fahren. Zwischendurch einen Stopp in Löschen machen an der Kartbahn. Wollen wir dann ein, zwei Runden auf der Kartbahn drehen. Also nicht mit dem Moped, sondern mit dem Kart halt ganz normal. Die Straßen sind ja auch übelst geil. Na toll, Moped abgewürgt. Also Jungs, wir sind jetzt hier an der ehemaligen Brikettfabrik von Lauchammer. Jo, da ist ein Fuchs. Seht ihr den? Pauli, da ist ein Fuchs weggerannt. Wahnsinn. Oh mein Gott. Auf. Ich muss pissen. Yo, let's go. Schau dir mal den Sonnze da. Ihr müsst euch überlegen, hier standen früher überall Fabriken rum. Und das alles nur wegen der Braunkohle. Wo das Zeug hin ist. Deswegen ist auch Lauchammer und die anderen Städte alle so ausgestorben. Das ist heftig. Komm geradeaus in Duruballern. Komm, komm, komm. Schade. Junge, es ist geil. Och nee, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Und solche Straßen, da wird man schon zu leserscheiße dreckig. Der Lue ist schon wieder nur im Rumheulen. Mann, was ist das denn für ein drecks YouTuber bei euch? Ach, scheiß drauf. Boah. Ich hör schon wieder die Steinschläge. Ist egal, Pulverbeschichtet. Telekom, was geht denn hier ab? Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich so ein Wetter liebe. Also wirklich, so geil. OKF und es hängt direkt an, heftig wieder zu regnen. Oh Mann, ey. Wer es noch nicht getan hat, lasst gerne ein Like, Abo da. Kommen geile weitere Videos. Also lohnt sich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Töne. 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 Töne.